Und weiter geht's mit Let's Play Set, mit dem zweiten Planeten, den wir uns jetzt angucken werden. Und die heißen Nüsse, Hot Nuts, warte mal ganz kurz, jetzt, ich hab extra im Hintergrund mal, äh, Komplettlösung offen, im Sinne von, wie, das heißt, jetzt heißt es wirklich heiße, harte Nüsse, okay, äh, ergibt mehr Sinn, wunderbar, alles klar. Ähm, erobere die leichten Panzer in der Nähe deines Fores. Die Roboterfabrik am unteren Ende kann... Tafs. Tafs? Was zur Hölle sind Tafs? Also, harte, ja gut, ja, äh, harte Nüsse. Eigentlich müsste es, äh, harten... Sind das die Panzerabwehrsoldaten? Ich, ich bin mir grad echt unsicher, was für Einheiten das waren, das sagt, sagt mir spontan nicht mal was. Wir sehen aus wie Trommler oder sowas in der Richtung, aber sowas gibt's, glaub ich, nicht. Äh, aber einen leichten Panzer in der Nähe deines Fores. Die Roboterfabrik am unteren Ende kann Tafs produzieren. Jetzt, ich, ich, ich werd's wieder sehen, äh, ich werd's erkennen, soweit ich's da sehe. Soldaten angreifen, anfällig für Jeeps. Ich bin jetzt echt gespannt, was diese Tafs waren. Willst du fahren? Ja! Zu spät, hä, hä, hä. Oh Mann, dieser General Zod braucht wirklich mal einen Ölwechsel. Aber hundertpro. Was glaubst du, wo er uns als nächstes hin schickt? Keine Ahnung. Bin nur heilfro, aus diesem Drecksloch hier rauszukommen. Hey, das sieht cool aus. Los, darüber. Okay, ganz vorsichtig, vorsichtig. Schalt doch mal die blöde Ziege an. Scanner Quadrant 4a. Ziel, Vulkanwelt. Ein Planet vom Typ F. Mit leichter Achsneigung und einer Tagesdurchschnittstemperatur von 30 Grad Celsius. Zu den Sehenswürdigkeiten gehört Dantes Burger Bar. Dantes Burger Bar! Ja, cool, Mann! Achtung, hochziehen, hochziehen, Achtung, hochziehen! Okay, okay, ich hab so ne Kontrolle. Landung zu 100% erfolgreich. Das ist so bescheuert, ey. Meine Güte. Bist du von? Ja, zu spät. Ey, Dantes Burger Bar, yeah. Also, ich, ich, da, ich, das, gerade weil das, ach, Kämpfer. Ja, das sind, das sind Liga-Mann-Raketenwerfer. Also, ich würde schon sagen, wer kreischt denn hier? Kämpfe. Jetzt krieg ich hier Anime, äh, PTSD. Nein! Okay, ähm. Einnehmen, 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 einnehmen. Keine Schwendtverzeiten. Ich glaube, hier können... Können sie halt hier durch? Rechte Panzer holen, sofort. Ah, hier ist die Musik tatsächlich ein bisschen anders. Ich hab fast das Gefühl, sie ist ein bisschen leiser. Ach, Schützen haben wir... Das sind Scharfschützen übrigens. Die können wir auch schon bauen. Und Gettling, Geschütze, Heiliger Wimber. Was haben wir denn mittlerweile? Komm, wir machen mal ein paar Schützen. Äh, wäh. Äh, Fenster-Motor, ich hab's grad tatsächlich mein Fenster rumgeschoben. Warum hab ich das eigentlich noch nicht eingenommen? Kriege ein, halt mal darüber, bitte. Hier, versucht mal, dem Panzer irgendwie was zu kriegen. Vielleicht schaffen wir's sogar. Außer, ihr lasst euch einfach abschießen, um euch zu wehren. Das ist auch okay. Natürlich, klar. Ich hab mich grad todvoller wegballern lassen. Ach du Scheiße, ähm. Ich glaub, die müssen starten wir nochmal. Irgendwie hat alles genauso nicht funktioniert, wie ich's mir vorgestellt habe. Das ist ja perfekt. Ja, bitte. Na, spiele so böse. Okay, äh. Hoch. Panzer. Meine Güte. Jetzt bin ich ja meine alte Klassenlehrerin. Das ist nach Grundschulzeit, ey. Okay, zurück. Zurück, zurück runter. Jawohl, in Ordnung. Erstattet, melde und aus. Ihr Psycho-Einheit. Geschütz erbeutet. Äh, nein, nein, ich will ja auch nicht hin. Nein, 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 nein. Ah, schön, gut, dass man mit dem Finger wedelt hat. Ich möchte den... So, das mal abwählen. Genau, danke. Äh, ich hätte gerne... Ich bin ja auch leichter Panzer machen. Komm, mach mal gleich. Erstattet, melde. Erstattet, melde. Jawohl. Okay, okay, okay. Wollen drüber. Nicht länger aufhalten lassen. Hier machen wir jetzt die Schützen. Die können sehr nützlich sein. Äh, shit. Ich brauche meinen Panzer. Ich brauche meinen Panzer. Kein Problem bestätigt. Jawohl. Wird erledigt. Was ist mit euch verkehrt? Ah, warte, ich habe mich... Stimmt, ich habe mich ja aufgehalten. In Ordnung. Erstattet, melde. Wird erledigt. Kleinste Fehlerchen können sich übelst rechnen in dem Spiel. Schieß. Jawohl. Erstattet, melde. Ja gut, das nenne ich... Das... Nenne ich einen Sieg. Kein Problem. Ich flanke annehmen. Schießen. Schießen. Okay, zum Glück ist der genauso blöd. Oh Gott, das ist ein Psycho. Der kann mich bis in... Ja, danke. Das spricht nur aus der Seele. Ja, das kann ich leider nicht einnähen. Okay. Okay, die Schützen werden wir noch ein bisschen brauchen. Hilfe, Hilfe! Nichts Hilfe macht ihn einfach kaputt. Sehr gut, danke. Okay, das könnte ein bisschen problematisch werden, wenn meine Scharfschützen gleich hier rausgespawned werden, also gleich gespawned werden. Jetzt haben wir mehr... mehr... Punkte. Was ist... Oh nein, 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 nein. Überall ist der Panzer. Ich meine, ich hätte es mir auch gerne geholt, das Teil, aber das... das Geschütz in der Nähe. Okay, das lief noch. Hier unten hat man sogar noch ein Jeep im Wohnen. Weißt du, was, dann holen wir uns. Oh Gott. Vielleicht ein bisschen was. Wunschwünsche. Das gibt es nicht. Der hat jetzt tatsächlich ernsthaft... Ah, gut. Ja, die MG-Schüsse machen wenigstens auch ein bisschen Wunschaden, aber minimal nur. Aber die Panzer kämpfen tatsächlich auch mit... Ihr merkt das. Die fahren auch schnell, die versuchen auszuweichen tatsächlich den Geschüssen... ...ääh, den Schüssen... ...wärte man sein. Produktion aufgenommen. Jawohl, wird erledigt. Wird erledigt. Da schützen die Scharfschützen, die gleich rauskommen. Dann mache ich vielleicht aber trotzdem Kämpfe. Jawohl, losgehen. Jawohl, bestätig uns der Nächste, bitte. Jawohl. Aufsiebe gebrüht! Ah, sehr gut. In Ordnung. Roboter hergestellt. Produktion abgebrochen. Stimption aufgenommen. Ihr Scharfschützen-Einheit Ende und aus. Fahrzeug hergestellt. Ihr Stütueinheit. Verstattung, okay. Das ist leider... Wie schaffe ich das? Ah, ich komme da gar nicht durch. Verstattung, Ende und aus. Nicht. Verstattung, okay. Ich werde, da kommt gleich ein Panzer raus. Ihr Scharfschützen-Einheit Ende und aus. Verstattung, Ende und aus. Verstattung, Ende und aus. Wird erledigt. Wollen wir die Jungs raus. Verstattung, Ende und aus. Das war uncool. Okay. Verstattung, Ende und aus. Ich bin so ein Panzer raus. Okay, ganz ehrlich, die Musik ist mir gerade echt ein bisschen zu aggressiv. Mal kurz Ruhe. Oh Gott, das tut gut. Hilfe! Hilfe! Wird erledigt. Wauuuhu. Ja, die Scharfschützen-Einheit Ende und aus. Warum? Jawohl. Produktion abgebrochen. Produktion aufgenommen. Was, Seiko ist keine schlechte Idee. Jawohl. Ende und aus. Erstattung, Meldung. Versucht mal. Und los geht. Versucht mal, das Ding kaputt zu machen, wollte ich sagen. Hat ja wunderbar funktioniert. Bestätigt. Jawohl. Kein Problem. Erstattung, Meldung. In Ordnung. Jawohl. Ja, Verkriegte ist tatsächlich gesäubert. Aus dir mit Gebrückel. Hier Kriegereinheit. Ende und aus. Äh. Jawohl. Kreisch. Aus dir mit Gebrückel. Hier Psychoeinheit. Jawohl. Hier Psychoeinheit. Die Psychoeinheiten haben auch mehr Erlebenspunkte, aber so ein direkter Treffer hilft das auch nicht viel. Sie sind einfach überall. Ich merke gerade, ich habe auch so ein... Nein, meine Kämpfeinheiten. Jetzt reicht's. Wie geht's her? Machen wir das nicht mehr. Deckel drauf kann ich noch nicht. Jawohl. In Ordnung. Also die Scharfschützen sollten eigentlich gegen die Kämpfer klarkommen. Kein Problem. Jawohl. 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 Und los geht's. Jawohl. In Ordnung. Jawohl. Bestätigt. Ich glaube die Kämpfer haben gesagt so, hier Einzelkämpfer. Erstatte Meldung. Hier Scharfschützen Einheit. Wir greifen an. Erstattung, Meldung. Wir greifen an. Erstmal was trinken. Jawohl. Zu mir. Erstmal was essen. Irgendwie für Scharfschützen wird er ziemlich nah ran. Wow. Steht hier so oft kuscheln. Ihr Scharfschützen Einheit. Jawohl. Kein Problem. Jawohl. Ich brauche nicht unbedingt einen Teaser für zukünftige Ehen. Erstattung, Meldung. Erstattung, Meldung, Ende und Aus. So, ui, sehr gut. Also die Kämpfer hat echt viel aus. Okay, ich möchte meine Kämpfer haben. Produktion abgebrochen. Produktion aufgenommen. Die sehen aus wie die Sumos unter den Robotern. Jawohl. Jawohl. Bestätigt. Wow. Produktion abgebrochen. Produktion aufgenommen. Wird erledigt. Nun kommen sie schon. Ihr Scharfschützen Einheit. Oh mein Gott. Ende und Aus. Ausziehen mit Gebrüll. Autsche. Womach warten sie denn aufhören? Gut zum Raketenschutz. Also die Panzer weichen ja wirklich aktiv aus. Ihr merkt es. Gibt es mir auch wirklich so richtige coole Kämpfe, die da entstehen. Warte, die sich dann Ende. Nächste bitte. Sehr gut. Okay. Roboter hergestellt. Wow. Kein Problem. Jawohl. Wird erledigt. Machen wir im Kiel ein Ende. Jawohl. Wird erledigt. Jawohl. In Ordnung. Hier. Bist du. Bist du. Bist du. Ein Tag weiter halt. Erstatte Meldung. Erstattung. Wir greifen an. Falk hergestellt. Okay. Jawohl. Versuchen wir mal ein bisschen voranzukommen. In Ordnung. Wir sind einfach überall. Los mal. Wir sind in den Rettung. Ich glaube, das wurden auch unter anderem Essenskorsche. Einmal mit aufgenommen. Aus der Kantine. Bei den Bitmap-Map-Bovers. Wir könnten übrigens versuchen, da reinzufahren. Einfach in die Basis. Solange wir da nicht zerstört werden, passt das eigentlich. Das macht der Gegner auch gerne bei meiner Basis. Ich kann mich daran erinnern, dass die gerne einfach mal so reinfahren. Hippity hoppity bis vorerst nochmal vorzuhören. Okay, wir können eigentlich mal wieder die Musik anmachen und so. Jetzt selber wieder ein bisschen. Haha. Okay. Erstattung. Einfach reinfahren. Haha. Reagiert nicht. Reagiert nicht. Reagiert doch. Wollte ich schon sagen, ey. Das macht klasse. Wir haben es geschafft. Gut gemacht. Gut gemacht. Wir haben es geschafft. Super schön. Gut gemacht. Gute Arbeit, Commander. Aber keine Zeit verlieren. Wir haben diese Schlacht gewonnen, aber nicht diesen gottverdammten Krieg. Also Bewegung, Soldat! Gleiche Sequenz, nur mit anderem Hintergrund. Aber höll. Ich meine, es ist trotzdem cool, dass immer eine Zwischensequenz kommt. Vor und nach jeder Mission von den 20, ne? Aber gut, dann bedanke ich mich hier wieder fürs Zusehen und wir sehen uns dann bei Mission 6.